Alex, dein Junge mit der Tüttelbahn in der Halle Hand baut er wohl mit Käse. Wenn ihr bloß nicht in Tüttel kommt, was verlegt doch schon, wo bin ich's. Und ihr hast in den Dassel gehen kannste, und ihr wird sich gehör' gar betont. Also auch sei, sehr, 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 sehr. Jau, 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 klam, klam, er will nur die Klang rückzog ir und sah, mein Jägerer kann es nicht in uns aus Hamburg sein. Jau, 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 klam, klam, er will nur die Klang rückzog ir und sah, mein Jägerer kann es nicht in uns aus Hamburg sein. Eine Ex-Standier mit Eiergrop, in der eine hat ein Grubberlum, wenn sie bloß nicht mit Eier, ob pflasterst leid, und dann sechert schon lang, Bum, Bum, und sie schmiert die Eier und den Rumtuss zogen, und sech zum Eiergrop den Hebbet-Germ, als Obstreich, sechst ja die Wiedung, ist so ein Klatsch für so ein Hamburger Helm. Jo, 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 klang, klang, er will wohl klang, er hat zum Eiergrop, in der Zahn, ein J-D-A, wer kann das Licht, er muss aus Hamburg sein. Jo, 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 klang, klang, er will wohl klang, er hat zum Eiergrop, in der Zahn, ein J-D-A, wer kann das Licht, er muss aus Hamburg sein. Jawohl!